Hey und willkommen zu einer kleinen und überraschenden Runde Minekraft 3 Jump Ich würde euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, Leute Ich wollte nämlich heute ein Projekt hochladen Ein neues Projekt Und das Ganze habe ich schon mal vor 3-4 Wochen probiert und aufgenommen und getestet Und nach der Aufnahme, ungefähr 1,5 Stunden habe ich da aufgenommen Ist mir dann aufgefallen, scheiße Das habe ich beim ersten Test scheinbar nicht getriggert bekommen Es flackert nämlich alles Es hat hin und wieder einfach rumgeflackert Boah, ist das komisch mit F1 zu spielen Und Das lade ich dann natürlich auch nicht bei mir hoch, weil ihr dann wahrscheinlich epileptische Anfälle bekommen würdet, genauso wie ich beim Schneiden Und ja, das Ganze habe ich dann erstmal für ein paar Wochen beiseite gelegt Weil mich das schon ein bisschen aufgeregt hat Und heute wollte ich das dann wieder angehen und gucken, ob ich das Problem nicht irgendwie behoben bekomme Ja Falsch gedacht Ich habe das Ganze nämlich einfach nicht behoben bekommen Egal was ich getan habe Es hat einfach immer wieder geflackert Danach War ich dann schon getriggert Leute Da war ich schon ein bisschen aggressiv Ah, da kann man hoch Okay Aber ich hatte noch ein anderes Spiel Was ich Let's playen wollte Und dieses Spiel ist leider so alt und so komisch supported dass ich das nur installieren könnte Hä? Wenn ich das Ganze cracken würde Und selbst dann kann es sehr sehr gut sein dass es einfach nicht läuft Das ist Also ich glaube das erste Spiel ist Was? Nicht mal der Versuch hat geklappt Das erste Spiel war 10 Jahre alt und das zweite von dem ich jetzt gerade geredet habe 15 Ungefähr Ja, wird wahrscheinlich stimmen Höchstwahrscheinlich So ungefähr Pi mal Daumen Und da wundert es mich dann natürlich nicht dass man da ein paar Probleme hat Aber dass ich das halt gar nicht hinkriege hat mich schon etwas überrascht Aber Ich habe noch ein drittes Spiel im Petto Nur dafür muss ich mich wahrscheinlich etwas äh vorbereiten Das werde ich dann höchstwahrscheinlich sogar ausnahmsweise mal mit einem Controller spielen Ich weiß nicht ob ich darüber schon mal geredet habe Aber Alter Dieses Spiel ist einer der kompliziertesten Spiele die ich jemals gespielt habe Also Ja, was heißt kompliziert Also von den von den ganzen Da Ich weiß nicht mal wie ich es beschreiben soll Auf jeden Fall wenn man da Sachen falsch macht Dann kriegt man Kott Und das könnt ihr genauer nehmen als ihr gerade glaubt Denn man bekommt Kott wenn man das nicht schafft Und das will ich nicht Ich will eigentlich Es wäre schon lustig Ich werde das bald mal aufnehmen Mich dann Vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen Ich weiß es nicht Vielleicht beim ersten Mal einfach gar nicht damit beschäftigen Das Das wird toll Und Das wird dann so eine Art Schnelldurchlauf Ich werde dann gucken halt wie weit ich da spiele Vielleicht genau bis zu dem Punkt wo wir dann echt angekottet werden vom Spiel Und danach könnte es sein dass ich ein normales Let's Play dazu starten werde Wo ich dann auch vielleicht Google mit benutze oder so Ich weiß es nicht Weil das ist halt Oh ich hab's geschafft Ist schon echt scheiße Das ist Also Ich hab das nie weit gesehen Ich Für mich persönlich Glaube ich dass es fast unmöglich sein würde Das irgendwie durchzuspielen Weil so Ja scheiße Komisch ist dass ich darauf nicht klarkomme Aber egal Wir koffen erstmal ein Ein Eisenschwert So Dann natürlich noch ein bisschen Equip Geil So Verzaubern 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 Ach scheiße Ich brauch mehr Punkte Waffen Bogen Pfeiler Ja Oh Geil Bisschen was zu essen Und dann Kann's auch schon losgehen Oh da bin ich ja Hallo Was geht denn hier ab Warte Ja Dich hab Oh alter Dich hab ich Dich hab ich Weggeklatscht Der hat nicht mal eine Verzauberung Auf seinem Schwert Was ist denn hier los Weißt du Ich schäme mich schon Wenn ich nur Drei Verzauberungen drauf habe Und die haben Hier einfach Die haben ja nicht mal Teils Was ist das Die haben ja nicht mal Eisenschwerter teils Scheiße Scheiße Komm Oh und ich hab Ich hab Shit Shit Okay der dritte War dann doch Vielleicht ein bisschen Zu viel Ah Komm schlag ihn kaputt Oder ich schlag dich kaputt Das geht natürlich auch Der hat ja richtig Der hat ja richtig Wenig Items Warte mal Das war richtig Reingeschissen Oh Ich hab den dahinter getroffen Das war Nicht so gut Und der ist Game over Ah Okay Hatte der Pfeile Ich weiß es nicht Zack Ah Komm Oh shit Und Hab ich den grad getroffen Ich bin mir nicht sicher Ich hab den Sound Ein bisschen leise Muss ich sagen Oh da ist Hilfe Warte ich helfe dir Warte doch Ich helfe dir Komm Ich schlag dir nämlich So oft in die Fresse Dass Dass deine Fresse blutet Und das hilft dir im Leben Okay Oh shit Oh nein Oh man Was macht er denn Der hat Pfeile Der Pfeile will ich haben Nein 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 Oh jetzt hat der den Kill bekommen Ja gar Oh Okay Gut Hätten wir das auch geklärt Ist hier noch was Ne Schärfe 1 Rückstoß 1 Oh meins war Schärfe 3 Rückstoß 1 Okay Ja Gut Dann geh ich mal auf den Typen Wer ist das denn Hat der was geschrieben Ne Hallo Hallo Du bist da hinten Was machst du denn da Hä Er wartet Ja geil Komm Ja Was machst du jetzt Okay Schau mal mir eine Richtig eklige Pingstelle geben Das war knapp Das muss ich dir lassen Na komm 6 Falle hab ich noch Damit kann ich dich töten Aber ich bin eh voll Ach scheiße Oh scheiße Oh scheiße Ja sehr gut Oh Mist Ja komm Und Komm ich hab dich oder Hab ich dich Pfeile hab ich nicht mehr aufgehoben Leider Shit Komm Und Nein Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Komm Ja Mann Manchmal bin ich echt Eine Powermaschine Ey der Tag war aber so scheiße Das hat mich so Zerstört Innerlich Also ich Wenn alles gut läuft Wenn alles gut läuft Dann kommt morgen Virtual Reality Und irgendwas anderes Um 18.30 Uhr Und das neue Projekt Ich weiß dann nicht mal Ob ich das dann starten kann Warum hole ich mir denn auch so viele alte Spiele Die ich dann zeigen will So ne scheiße man Ich bin ein richtiger Rentner Leute Ich bin ein richtiger Scheißrentner Aber egal Gehen wir in die nächste Runde Ja geil Ich hab das Jump Run nicht geschafft War beim letzten Modul Hab ein bisschen reingeballert Aber Naja Ich hab ein paar Punkte Und kaufe mir damit jetzt erstmal richtig schön viel Scheiße Eins Ne warte Eins Zwei Drei Geil Was kaufe ich mir denn jetzt noch Nahrung Und goldenen Apfel Das ist doch mal schön Und eventuell noch ein paar Pfeile Und Ah wieder die Arena Okay Alter was macht der denn da Scheiße Nein Er wird mich wegrecken Der hat gute Items Oh nein Gold Apple Und Ich bin mir nicht mal sicher Ob ich das damit Ah okay Okay Oh fuck Der spawnt natürlich Direkt neben mir Alter was bin ich denn für ein Pechvogel Oh Komm schubs ihn Schubs ihn zu Mir Nein jetzt reckt der noch Und der hat noch ein Gold Apple Ist alles ein bisschen kritisch Der hat davon noch einen Wie viel hast du dir denn geholt Junge Oh geil Das war nice So Ja da geh ich schon mal nicht rein Das gefällt mir gerade gar nicht Ist einer hinter mir Ja Da ist einer hinter mir Und hier liegt nur Scheiße Komm Ne Was leckst du denn Jetzt geht ja auch noch auf mich Sag mal bin ich hier irgendwie gerade Gearscht oder Hä Jetzt kommt doch keiner Ja nice Oder doch Oder doch Ne Oh fuck Und von der anderen Seite auch noch Oh mein Gott Keine Chance Keine Verdammte Chance Komm booste mich Danke Das war gut Das war richtig gut Damit hast du mir richtig schön geholfen Und mit deinen Items wahrscheinlich auch So Das ist besser als meins Ja Hä Oder Ne ist es nicht What the fuck Ich hab Rückstoß 2 bekommen Hab ich einen Bogen Ne Auch scheiße Mist Einer davon hat noch 2 Leben Das wird nichts Das wird auf gar keinen Fall was Der darf auch heiltränke Der Junge Der darf auch heiltränke Ich muss was essen Warte mal Komm Ja genau Und jetzt Ja jetzt legen wir noch Oh nein Was für ein Unglück Okay 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 Er ist Er ist tot Scheiße Jetzt muss ich ganz ganz dringend reggen Gibt es irgendwo eine Leiter nach oben Ne gibt es nicht Fuck Oh sie kämpfen gegeneinander Scheiße Ich muss mehr reggen Komm Ach shit Nein Lass Harald Nein Komm Ich hab ihn Ich hab ihn Und ich regeneriere Ich bin richtig schön voll Und der hat ein Gold Apple Intus Ja fuck Hat er den jetzt gegessen oder nicht Ich bin mir nicht sicher Ob ich da gerade gezittert Oh der Server leckt gerade so ein bisschen Oder sind das die Spieler Das war knapp Das war richtig Richtig Ekelhaft knapp Gut Dann bewertet den Part Und wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder Tschüss Bis dann